ich sterbe die schönste frau die du kennst in deinem leben mit der du schon immer gerne mal sex haben wolltest dir einen die sich einen dildo umschneidt schleifpapier drum macht und ich dann damit sehr spaßig von hinten spaß so ungefähr kannst du dir tag auf vorstellen sie sieht zwar geil aus und du träumst jede nacht von ihr aber sie zeigt ihr wer die hosen an hat regelmäßig ich glaube dass wir uns gefunden gleichzeitig rausschicken das wird bestimmt passieren alle aber vorher müssen so wie vor erst mal friedsfrei verraut haben ja und hier okay ist hier 50 hier ist 50 ja okay we can do it we make it to berlin way oops hehehe ja 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 also ja 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 Das war's für heute. You got me. Das ist kalt. Sorry. Da kommen wieder zehn Mann um die Ecke und erzählen wieder irgendwelche Lügen. Dann sagen die dann, oh, guck mal, dein Vater, so ungebildet, nur Elektriker. Weiß nicht, was Platzangst ist. Bringt es einem so eine Scheiße bei. Hallo, hä hä, ich bin ein Jurakind. Meine Eltern sind super schlau. Bei MI 38, wenn ihr von eurem Mitbewohner beim Masturbieren erwischt werdet, macht einfach weiter. Wenn ihr aufwärt, seid ihr der Typ, der erwischt wurde. Wenn ihr weitermacht, ist der Mitbewohner der Perverse, der euch dabei zugeschaut hat. Wenn ihr den Leuten was macht. Mal gucken, ob er das noch gecheckt hat, der Server. Ah, da ist die Idee. Ach so. Oh. There was another one behind me. Oh, I see, the woods thing again. Yes, let's make a sandwich and pop everything from behind and in the front. We fill all your holes. Front, back, ears, nose, ass, everything. Shit, scheiße, ey. Fuck. Geht's euch und gute Fahrt. Timme 566 und einmal bitte alle Hände hoch. Hachidorix die C können wir auf dem Rückweg bei McDonalds anhalten. Nein. Bitte. Hexenkreis, Hexenkreis. Da gibt es leckeres Eis. Okay. Oh, fuck. Okay. Irgendeiner hat mich gerade richtig hart reinge... Oh, fuck my life. Jetzt habe ich meine Pose verraten. Oh, man. Also nicht in die Tüten von CU unterstrich Fimas scheißen. Oh, aber wie hier scheißt keiner rein, weil das riecht nicht fein. Ey, ihr solltet nicht in die Tüten scheiß machen. Und in die Tüten mit Löcher kotzt ich auch nicht, ihr Schweine. Das Auto ist sauber. Ich muss das wieder abgeben. Hast du ne... Ey, hast du ne... Ey, hast du ne... Ey, hast du ne... Das ist ein Zeichen, Chat. Das ist ein Zeichen. Wir sollten besser nicht auf ihn schießen. Ich nehme das, äh... Ich nehme das wahr. Ich kann so rumlaufen. Ich kann so rumlaufen. Ich weiß, kommt die Bose. Piu! Piu! Und das mit der AKMS, ey. Der größte Unfall, der hier gebaut wurde. Mal wieder jungen... Ichndere mal ganz kurz ne AKMS. Ungefähr ist ne AKMS. Und das sogar, wenn sie anderthalb Millionen kostet und äh... Ausgebaut ist. So fühlt sich ne AKMS an. Game, game, what the fuck? Jetzt kommt er links. Mache, dein Rucksackfach ist offen. Das wedelt da so hin und her immer. Nicht, dass dir noch deine Brotstulle da ausfällt. Nein. Okay, Raid überstanden. Kein Problem. Easy peasy für Excel. Computer! Schnauze! Das ist aber nicht nett von dir. Computer! Würdest du bitte die Musik ausmachen? Klar. Du musst nur sagen, wie ich dir helfen kann. Computer! Würdest du bitte die Musik ausmachen? Gut. Why? Why? Alt N ist es nicht. Nee. Darf ich was für F1 sagen? Oh. Oh. Spaten, du bist ein Arschloch, Alter. Du bist ein Arschloch. Du bist einfach nur ein dreckiges Arschloch. Moinsen, Mache. Moinsen. Evil Monkey unterstrich 96 just subscribed. Evil Monkey, dageschein für 15 Monate. Hallo? Flötest du gerade nur beim Chat? Ja, immer. Natürlich. Woho. Ich hab mich nur für den Riesapp bedankt. Entschuldigen Sie? Hallo? Ist das Call of Duty? Oh ja, oh ja. Ja, 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 ja. Alter, du wurdest sowas von Gemüßling. Brrrr. Bis zum nächsten Mal.